Jetzt gucke ich mal, was hier alles so länger ist. So, Daniel, was hast du denn da gemacht? Tomaten, einfach ein bisschen Silikum. Silikum, Tomaten. Einfach ein bisschen Joghurt mit Petersilie, ein bisschen Salz, ein bisschen Pfeffer. Und jetzt mal ein Rühreil. Bewusst essen, finde ich, gerade wenn man abnehmen möchte, sehr wichtig, dass man sich klar macht, was esse ich, wann esse ich es, wie viel esse ich. Alle Abnehmwilligen haben gute Vorsätze für die Zeit danach. Wenn ich zu Hause bin, werde ich wieder normal essen, aber halt weniger. Also ich werde quasi auf nichts verzichten, halt nur anders. Leute, eins muss ich euch sagen. Wir sind hier in einem Camp. Und hier haben wir einen Modus, was ihr daheim niemals schafft. Ihr dürft dann auch wieder was gönnen. Und wir dürfen keine Angst vor den Lebensmitteln haben. Es ist die Menge. Ihr müsst erst mal lernen, mit denen umzugehen. Mit den Lebensmitteln. Ich bin hier. Ich bin hier.